Der Schiff der Region Deutschlands, mitten im Herzen des Nackenbefragshalters, übrigens der Heizkommission in Nordrhein-Westfalen. Sein Grünsasser, neben dem Wasser, die ausgeblähten Zelder, aber auch verrufschende Weltgebiete und imposante Zeltenbildungen, gehören genauso dazu wie in unterschiedliche Hochenlandsbiotope. Mehrere hundert seltene Tier- und Pflanzenarten profitieren von seinem Schubcharakter. Wildkasse und Bliebord fühlen sich hier ebenso wohl wie Eisbogen und ...